Ja, wenn ich an Fiedlers denke, dann komme ich immer ins Schwärmel. Hi zusammen, ich bin die Kaja von Immobilien Sider. Wir kennen uns jetzt seit etwa drei Jahren seit der Pandemie. Durch eine ziemlich unglückliche Kampagne haben wir zueinander gefunden und das wirklich ins Gegenteil verdreht. Wir haben erst für Kanda ein tolles Video erstellt. Das war der Beginn unserer Zusammenarbeit. Und jetzt haben wir auch schon für mein Business zwei tolle Videos gedreht. Und ich muss sagen, die Zusammenarbeit, die macht nicht nur unheimlich Spaß, sie ist auf Augenhöhe, vertrauensvoll und für mich vor allem sehr kreativ, inspirierend und erfrischend. Für mich, die ich ja nicht im Zeitalter von Social Media aufgewachsen bin, ist sie jedes Mal herausfordernd und sehr lehrreich. Also konkret sieht die Zusammenarbeit so aus, dass wir in einer Videositzung unsere Kampagne planen. Was machen wir als nächstes? Wir drehen die Videos. Daraus werden auch Landingpages erstellt und ich kann hier überall sichtbar sein in der ganzen Region und generiere Mini-Leads für eine weitere Zusammenarbeit. Und wenn ich denke, was ich in der Zeit jetzt über Social Media gelernt habe, auch Mini-Wiederentwicklung gesehen habe, freut es mich jedes Mal, wenn ich ein Reel erstellt habe, dass es wieder ein bisschen besser war, wie das andere vorher und wenn ich dann der eine oder andere Like da unten für kriege. Also ich kann Fiedler Performance aus Weidem Rhein nur wärmstens empfehlen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020